Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Studio, Freunde. Die Nachfrage war ziemlich hoch. Ihr wolltet unbedingt wissen, welche Techno-Tracks ich feiere. Kurze Story, Freunde. Ich habe mir vor circa ein, zwei Wochen für 20 Euro nur Techno-Tracks gekauft. Und deswegen will ich euch heute mal fünf Stück zeigen, die ich absolut feiere, die ich richtig geil finde. Die anderen Tracks sind natürlich auch heftig. Falls ihr noch mehr sehen wollt, gerne kommentieren. Dann haue ich noch ein zweites, drittes Video raus. Und ich habe euch jetzt mal fünf vorbereitet, beziehungsweise fünf Tracks ausgesucht. Ihr könnt mir parallel in die Kommentare schreiben, welchen ihr davon am meisten feiert, beziehungsweise welchen ihr am besten fandet. Ich spiele natürlich nur wieder die Drops ab. Das heißt, ich werde euch nur so zehn Sekunden zeigen, weil ihr kennt das Spielchen mit der GEMA. Und ich würde sagen, ich quatsche jetzt auch gar nicht länger. Aufnahme läuft, das passt. Und wir switchen zum ersten Track. Kevin Knapp, Feed Babyluck, Originalmix. Also ein Original-Track, kein Remix. Ich muss sagen, Techno-Songs sind so schwierig zu finden. Also wirklich richtig schöner Techno. Ist wirklich, wirklich schwer zu finden. Und wenn jemand ein paar geile Tracks auf Lager hat oder kennt, gerne mir schicken. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich habe jetzt auf Beatpod ein paar geile gefunden. Wie gesagt, dafür habe ich auch 20 Euro bezahlt oder knapp 20 Euro. Ich nehme mir immer den Rabattcode mit, wenn es da 10, 25 und 50 Prozent gibt. Aber genug Werbung, Freunde. Wir fangen an. Erster Track, Kevin Knapp, wie gesagt. Babyluck, Originalmix. Sprachen lernen, Bubble. Originalmix, let's go. And I'm still cute. Woo! Fängt schon mal gut an, Freunde. Also ich finde den Track einfach ultra geil. Geben wir erstmal einen fetten Like. Ähm, steht hier irgendwas? Ne, drei Kommentare. Ist auf jeden Fall ein geiler Techno-Track. Richtig schön chillig. Track Nummer zwei. Größten Klatsch. Ich glaube, den kennen viele schon. Der hat schon richtig geile Beats rausgehauen. This Time ist aber, glaube ich, eine Vocal aus irgendeinem Song. Wenn ich mich nicht täusche. Und das war so mit Abstand der geilste Techno-Track, den ich jetzt gefunden habe. 18.3. hochgeladen. 1500 Views. Bisschen wenig. Lassen wir auch gleich mal ein Like da. Let's go. Also wie gesagt, die Vocal, die kenne ich irgendwoher. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwo habe ich die schon mal gehört. Jetzt kommt die Hi-Hat gleich. Bam, bam. Jetzt. Ich finde, der scheppert sowas von. Format B, genau. Das ist das Plattenlabel, glaube ich. Auf jeden Fall findet ihr hier noch ein paar saftige Techno-Tracks. Ich sage immer Techno-Trance. Techno-Tracks, genau. Und ihr könnt es euch mal durchswipen, swipen, whatever. Nächster Track, Osiris, Fidura, Bomberman. Ein Yell of B-Remix. Habe ich mir, glaube ich, auch auf Beatport. Genau, Beatport steht hier unten schon. Muss man sich kaufen. Fand ich auch ziemlich geil. Let's go. Richtig schön spirituell. Richtig geil. Ich finde das mit dem Warble-Effekt so geil. Moment. Also der ist schon richtig, richtig nice. Hat jetzt nur 161 Aufrufe. Hochgeladen 2016. Also schon ein bisschen älter. Bevor wir jetzt zum nächsten Track kommen, Freunde. Ich muss euch kurz noch eine Story erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das euch schon mal erzählt habe. Aber ich hatte damals ein Gig in München. Und zwar auf einer Studentenparty. Und zwar einer der größten Studentenpartys München. Also das ist ja so ein komplettes Viertel gewesen in München. Wo nur Studentenreihenhäuser oder Wohnblöcke waren. Ein Kollege von mir hätte da auflegen sollen. Das ist jetzt glaube ich auch schon wieder drei Jahre her oder so. Der hat dann kurzfristig absagen müssen wegen, ich glaube, weil er krank geworden ist oder so. Und er hat mir dann geschrieben, ob ich spontan Zeit hätte. Also ich hatte da noch eine Woche Luft. Also erst kommendes Wochenende. Ob ich Lust hätte da aufzulegen, weil er halt nicht kann. Ich habe gesagt, klar, mache ich. Bin ich hingefahren. Ich war mega nervös. Das war mein erster Gig vor Hunderten von Menschen. Lauter Studenten, die einmal im Jahr so eine fette Party schmeißen. Und zwar war das Underground im Keller. Das Problem war, Freunde, ich habe mich zwar ein bisschen vorbereitet. Ich habe halt EDM-Tracks, also Melbourne Bounce, vorbereitet. Und es gab drei, vier Areas. Ich war in der mittleren, also mittelgroßen Area, sage ich mal. Und ich habe mich halt dann abgewechselt mit einer anderen Kollegin. Also ich kannte die zwar nicht, aber die wurde auch gebucht für den Abend. Und ich hatte zweieinhalb Stunden Playtime. Und danach hat sie halt gespielt. Und ich habe damals meinen NUMAC Mixtrack Pro 3 mitgenommen. Hat auch alles mega gut funktioniert. Das einzige Problem oder das größte Problem war einfach, ich hatte oder ich habe einfach nur Melbourne Bounce Tracks gespielt. Und jeder Student, auch wenn jetzt jemand da zuschaut, der Student ist, weiß, auf einer Studentenparty gehört, Techno. Und zum Glück habe ich mir Techno Tracks noch davor gekauft. Oder ich hatte noch ein paar in meiner Bibliothek. Und habe die abgespielt. Der Raum hat sich so schnell gefüllt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ich hatte so ein geiles Gefühl. Wir haben getanzt, wir haben gefeiert. Nach zweieinhalb Stunden, ich war komplett platt. Kurze Story dazu, Freunde. Also wie gesagt, falls jemand von euch mal auf einer Studentenparty auflegen sollte, nehmt euch auf jeden Fall ein paar Techno Tracks mit. So, vorletzter Track. Von Modio. Lady, ähm, ein Mauro Solana Edit. Let's go. Ah, ah, ah. Schön. Schöner Track. Schöner Edit. Richtig, richtig geil. Like, Repost habe ich schon gemacht. Ähm, ihr könnt den Track kostenlos runterladen. Wie gesagt, auf Kaufen klicken. Er hat es nochmal fett in die Beschreibung gepackt. Free Download. Buy Link. Also hier. Moment hier. Kaufen Link. Kommt es hier auf. Äh, Hype Edit. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Hier kann man seine Tracks kostenlos zum Download anbieten. Dafür muss derjenige, der den Track runterladen will, halt Instagram folgen, also dem Künstler folgen, liken, reposten und so weiter. Und, ähm, das ist das Mindeste, was man eigentlich machen kann für einen Produzenten, ähm, wenn man den unterstützen will. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum letzten Track von Rias oder Rias, äh, Dahananir. Ähm, The Shaman's Shant. Shant. Alter, mein Englisch ist so bad, man. So, letzter Track. Leute, ihr müsst mal auf die Vocals hören. Ja, der schmeckt auch. So, Freunde, das war's von meinen fünf, was heißt von meinen fünf? Ich hab euch fünf Tracks, Techno-Tracks gezeigt, die ich ziemlich feiere. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, welchen ihr davon am besten oder am meisten feiert. Ich kann euch die Links, wenn ich's nicht vergesse, nein, ich werde es nicht vergessen. Ich werde euch die Links, ähm, safe jetzt in die Beschreibung packen. Könnt ihr euch die Tracks nochmal komplett anhören, gegebenenfalls auch kaufen, wie ihr wollt. In diesem Sinne, ähm, sehen wir uns zum nächsten Video. Falls ihr, wie gesagt, Tracks habt, die ich anhören soll, reacten soll, Videos anschauen soll, gerne mir schicken. Ich verabschiede nämlich. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum nächsten Video. Ich hab schon gar keine Stimme mehr. Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh Gott, ist das peinlich.